ja hallo leute herzlich willkommen bei der let's play von elektro scoot ja wie ihr seht wir sind hier gerade im wieder alles da weil unser server wurde heute neu geupdatet ja unser problem server momentan muss unbedingt sein damit immer alles geht es ist wie er immer der vorführeffekt und wir haben also versucht an den nachzubauen wir haben aber nichts geschieht also wir natürlich wieder alle sachen weg und ja wir müssen haben wieder so zahlen von vorne anfangen ja das finde ich auch scheiße weil ich habe das selbst nicht erfahren die welt noch mal abgespeichert vor allem vor dass er abgedatet ist aber das kam so plötzlich und zur update von unser vermieter nicht kann auch nicht kann ich ab und mehr so ist ja weil es an denjenigen geht war immer ganz kurz Prozent und auch nicht es kann so kommen oder ja es war es nur gerade eben das ok ja wir haben uns halt noch nicht vorbereitet, wir haben gleich mal angefangen also war nicht lange her kurz davor haben wir ein bisschen mit dem Server und gefuchtet, weil irgendwas nicht funktioniert, wie auch immer naja, machen wir einfach dann machen wir mal jetzt weiter und so äh ich würde für dich in die Mine gehen und ein bisschen Eisen holen und ich weiß nicht mehr ja okay, hi Gott, ist halt Problem, kurz mal mit dem Server, Problemserver aber, aber das ist auch nur so, weil neue, ey, weil es abgedatet hat denke ich, man macht jetzt nicht gerade viel und hei Gott, naja kann man auch nicht helfen so ist halt, ja, passiert, es passiert so ist halt, Leute, die Technik die Technik wir haben zwar gewusst, damit er selber updated, aber wir haben nicht gewusst, aber ja genau, ah, Fakt ist es vergessen weil wir haben sehr gestern noch mal so geredet, weil wir haben uns aber getroffen und dann haben wir noch über geredet, damit wir, damit wir es haben, sie bald updated aber wir haben uns die Frage gestellt, wann ja, wann, ist leider passiert, heute aber wir haben versucht, trotzdem ein Let's Play rauszuhauen, weil ich denke mal, ja es ist so langweilig, wenn ihr keinen Stoff habt, uns zuzugucken, deswegen muss hier ein Let's Play heute einhauen geile Stoffreiter ja, wie soll man sagen und äh, ja Alex, ihr wollt nur was anreden, glaub ich mal, wie ihr diesen ähm, Abonnenten und ja genau, wir machen so, ab dem elften Abonnent ist es ja so, äh, video, stopp, 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 stopp. äh wir machen es jetzt so und das ist ab zehn Abonnenten wie ein kleiner Frage stellen werden und sie hat ab ab die Lust auf einer Skyblock Welt zu spielen oder er auf einer ganz normalen Welt weil dann hätte ich so gemacht ab dem elften Video hätte ich und da mal nur einen Ska Skyblock Welt gemacht und ähm ab 10 Abonnenten nach Prozent machen ich und amal und der Gewinner der glückliche Gewinner ein geschehen Skyblock Welt ja da kann man in der Königin mitspielen und so aber ein natürlich nur ein Video lang ja aber dieses Video wird 15 Minuten wenn es der Schild ist also und ein bisschen länger dauern hochzuladen ja das müssen wir sehen Alex wir haben sie zuge eingestellt dass wir ab zehn Minuten wird das hier wird recht und ich laber hier und weiß nicht was ich hier tun soll genau ich mache mir mal Treppen um einen kleinen Erdgeschoss für uns gebaut verdammt an ihn geklickt er ich habe jetzt schon mal so aber es war so dumm damit die sich ausgehend wird passieren ja ich habe nach Prozent die Speichern weil es sollte eigentlich am 10. passieren und ich habe gedacht ja dann speichere ich ihnen die Welt äh kurz davor ab aber es ist so dass die Welt früher abgespeichert hat also jetzt hier abgedehnt hat das war sowas von in den da mal hab ich mich erst aufgelegt wie nichts und ich glaube man bestimmt auch ja ich weiß nicht wie er darauf reagiert hat aber anfangs schwer Alex und ja ja ach wir haben noch zwölf Eisenbahnen im Ofen ja und ich habe noch fünf dabei äh fünf Eisenerz ich habe mir gleich mal Türen rein ja wie bei der entspannter anderen Video bei Let's Play Nummer 5 da es war natürlich auch so und er mit dieser hässlichen Krieger ja das gleiche am Anfang auftaucht habe ich nicht ahnt ich ehrlich bin ich bin schon so weit und er hat immer noch nicht so hässlich ist die Höhle gefunden ich komme gleich mal ein paar Türen rein und die Schafe suchen aber ja wie sehr in der Musik ich habe ein zweiter Schimmern weil wir sagen was ich werde wiederholen was er bei anderen Aufnahmegerädern um damit uns ein Abmenschwerter mit dem Zieler nicht zu tun ist werden wir auch vielleicht bald und immer mit ändern dann haben wir noch die Frage gestellt wie sie mit aufgrund auf Betrug der Regen ob wir den Regen ausschalten dürfen ähm hat auch einer gesagt also ihr könnt es mal machen dann machen wir es auch und ähm um das haben wir noch gesagt Alex mit Facebook ja mit Facebook mit Twitter und wir haben gesagt äh wenn ihr wollt ich es auch auf Elektrischen 1 gut 283 könnt ihr ein paar Videos über Scooter sehen oder vielleicht auch selbst kleine Minecraft Infos oder so wie man zum Beispiel so einen Steinmaschinen baut äh Aufzug oder wie auch immer und auf Elektronik 3 mache ich dann wenn ihr wollt Intros ich stelle schon mal ein paar drauf damit ihr seht wie die so aussehen ich habe jetzt eins in der Entwicklung ich glaube äh nein das äh das mache ich dann später also ich habe eins schon gutes aber das muss ich habe ich Kamerafahrt auch schon so gemacht und jetzt muss ich nur noch brennen und das mache ich dann glaube ich nach dem Aufnahmen ok ich brauche zwei Eisenärzte mit ich ähm schneller wie Schafe schenken kann ja er liegt in der Kiste habe ich jetzt das war natürlich jetzt so ich hab habt ihr gesehen Schafe gehabt aber ja abgedatet egal der Welt herumschimpfen passiert halt kann gleich noch öfters passieren oder Alex ich weiß nicht so wie du es halt siehst also wenn die wenn Minecraft mehr Version bekommt muss der Server auch abgedatet werden also aber das ist ja so dass dass auf diesen Server der Server muss abgedatet werden aber selbst die Leute können mit 1.2.5 drauf obwohl der Server für 1.3.2 ist oder wie auch immer das für die Hälfte ein guter und so ja Problem ist dass ich habe leider und ich werde gleich treten und oder Ohrgell m wenn die seine Backs wo Sand in der Luft schwebt naja Alex das tut geil damit ich jetzt sterbe ok fällt mir dann schön ok ich habe drei Wolle äh sechs Wolle drei zwei Betten ja es wird glaube ich gleich Nacht wenn man die erste Nacht die erste ruhige Nacht hier also ohne kämpfen ohne Creeper erste ruhige Nacht also ich freue mich jetzt schon und ich glaube hier habe ich Lava ja ich habe hier Lava also falls wir keine Maschine brauchen brauche ich denke ich mal nicht ja ich glaube wir werden schön farmen in der Hölle und nicht so langweilig stellen da oben rein da ja oben rein ähm sagen wir so von Reinkommens die Treppen hoch äh hinten im ja ich bin jetzt durchsetzt Maximo Fensterscheiden rein mit oben äh ja ich mache äh Glas scheiden nicht scheiden sondern diese Blöcke ok weil das passt denn besser zu den Türen seit wann haben ja Bogen hast du ihn bekommen nein die Hälte und habe ich mir selbst gemacht weil ich 6 Prozent Spinnnetze hatte letztes Mal ach so aber ich auch will ich mir mal mit weil ich brauche eh keine Schere kann man machen also ich habe zweimal 64 wow 64 64 ich komme zu dir äh ich bin der Wüste auch so schön Bettchen gemacht ist nämlich Nacht ja klar da perfekt hingestellt da wo ich sie möchte zum Teil wird ne ich gehe erst mal hier und schweiß mein Sand in den Buch ich kann auch nicht sleep at night oh man aber ich kann eigentlich auch in echt nachmittags schlafen machen Mensch geht nicht okay Alex ja Ja, 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 ja.